Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Battlefield Gothic Armada 2 mit den Menschen, mit dem Imperium-Space-Wolf haben wir hier und Adeptus Mechanicus aus dem Agrippina-System-Sektor und ja, die Nightlords kommen einfach mal aus dem Warp, aus dem Nichts und wollen sich mit uns messen. Und nochmal gucken, ob die das schaffen. Wir haben ja nochmal schnell da die zwei kleineren Flotten von uns hingezogen und wir haben nochmal eine Flotte ausgehoben quasi und ich hoffe, das reicht jetzt, um die Nightlords wieder in den Warp, in die Hölle, da wo sie herkommen, zu schicken. Ich kann mir vorstellen, dass die da schwere Kreuzer oder generell Kreuzer dabei haben. Ich habe ja hier nur alles leichte Kreuzer, glaube ich. Ähm, bis auf, na gut, die ein, zwei Schiffe hier. Nee, doch, ist nur eins. Scheiße. Sonst nur leichte Kreuzer. Das ist ja schön. Und dann haben wir auch eine Mission, jetzt wäre so eine Mission geil, wo wir, ähm, quasi, ja, Punkte einnehmen, weil wir so kleine, ja, weil wir so viele kleine Eskort- und Linien-Schiffe haben. Aber das haben wir leider nicht. Heading Acknowledged. Genau, wir benutzen jetzt die mal als Deckung. Ich verrate noch nicht meine Position. Die werden sie schon mitkriegen, wenn ich meine Nova-Kanonen losballere. Wollen sie sich irgendwie versammeln? Ja. Einzig. Die Loops. Ah. Alle Mann, Feuer frei und... Ziel erfasst. Aber sie sind in Bewegung, leider. Wo haben wir uns die da mal? Ich lass sie. Da sind sie. Na wo? Nova-Kanone 1. Die müsste sitzen. Ja. Wunderbar. Feier frei. Abfangjäger. Schade, der hat sich schon wieder eingekriegt. Schade, der hat sich schon wieder eingekriegt. Ich fühle mich. Schade, der hat sich schon wieder eingekriegt. Ja, komm. Wir sind bereit. Ah, er hat seine Schilde wieder erholen können. Feuer an Bord. Okay, dann machen wir erstmal das Kleinfielnis. Seitlicher Beschuss, Feuer. Hier auch. Seitlicher Beschuss, Feuer. Gut, der ist weg. Gleich auf den nächsten. Dann haben wir die jetzt schon mal weg. Das geht gut ab hier. Oh, wir sind wieder an. So wie kennst du das? Ah, da kommt einer. Komm mal. Nächsten. So, Space Marine. Attacke. Los, rüber damit, Männer. Das Chaos schreit danach. Upsala. Schon wieder gegen den Scheiß-Filter gekommen. Wollt ihr wieder alle markieren? Ich mach mal so ein Eins. Das nervt mich, dass ich nicht mehr markieren muss. Hier, schicken wir da nochmal welche rüber. Auch das Schiff ist auch ein leichter Kreuzer, ne? Ja. Sollte gleich Geschichte sein. Oh. Oh. Bekennzeichnet, Meuterei. Egal. Die kommen doch eh immer wieder. Ich kenn das Chaos doch. Ab da. Gut. Dann geh gleich dem nächsten. Ich hätte gerne demnächst mal ne Nova-Kanone. Wer? Wer war der Herr mit der Nova-Kanone? Oh, er haut ab. Jo, hat aber noch geklappt. Eins. Feuer frei. Hier, Angriffsboot rüber. Da hat jemand von Tridos. Das sollte auch gehen. Roten Blitzschlag. Komm rüber. Das ist nicht so schlimm. Wir kommen weiter vorbei. Wunderbar. Und dann schicken wir auch nochmal Truppen rüber. Wir sind bereit, zu servieren. Die Skitari machen die Skitari machen die schon Platz. Ja, die Skitari machen die schon Platz. Flachtkreuzer des Hades. Der eine bewegt sich da nicht, ne? So ist er denn da. Ach, der Ofer bewegt sich. Ah, jetzt ist das schon wieder so gut wie weg, ey. Ich schicke nochmal 3 Bomber hin, aber ich glaub der macht sich aus dem Staub. Oh. Ah, jetzt sind noch 2 Schiffe da. Ich hoffe er verreckt jetzt dran, ne. So, jetzt zieh ich zurück. Wunderbar, eine Fregatte ist safe. Wir haben halt keine Defense Plattform mehr. We can't take much more. For the Emperor. Nice. Werden sie jetzt zerlegt, ey. Ah, das sind leichter Kreuzer, ok. Ich find so leicht ist der nicht. Wir brauchen Abfangjäger. Interceptors engaging. Receiving your order. Wir haben keine mehr. Your orders. Shark assault, boat on their way. Initiate emergency repairs. Oh, man, das ist ein Speed Gaming. Oh, das ist ein Speed Gaming. Oh, das ist ein Speed Gaming. Oh, das ist ein Speed Gaming. Wir sind bereit. Vielleicht ist es ein Speed Gaming. Oh, das ist ein Speed Gaming. Wie kann ich das denn geben? Ich kann das. Ich hab mich dann gerne. Ich hab mich unterhalten. Ich hab ein Speed Gaming. Ach, ich hab mich unterhalten. Ich mache uns echt das Leben schwer, die scheiß Chaos Schiffe. Jetzt haben wir Frontbewaffnung und Feuer. Ah, ich ziehe gleich mal zurück hier. Hm. Hm. Ich hoffe, er fliegt da rein. Na los, kriegt er den doch endlich mal da kaputt, ey. Abfangjäger, haben wir noch was? Nee, irgendwie nicht. Endlich ist es weg. So, jetzt noch den großen Brocken. Haben keine Nova Waffe mehr. We are ready to serve. Los, ziehleiner. We wait your command. Energie, Männer. Na, schon kaputt oder was? Aye, Admiral. State your order. Ship ready. Rouse the engines. Ups, das war ein bisschen zu weit vor. Utter the canticles of battle. Ship ready. Starhawks loaded and sent. Starhawks engaging. Los, 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 los. Wir müssen auch weg. Los, 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 los. Oh, das war knapp. Ja, der verfolgt mein anderes Schiff. Ja, den kriegst du doch nicht jetzt kaputt. Wie soll ich das kaputt kriegen, verdammte? Ship ready. Target locked in. To serve the Omnisire. We cannot endure. Das ist ein Graal, bitte. Impossible, Admiral. We serve. Kommt jemand näher ran? Where shall we strike? Moving to position. Launch Thunderhawks. Aye, Admiral. Moiter, aye, Admiral. Your orders? Repositioning. We have to go. Starhawks loaded and sent. We wait your command. And drop over there. Verdammt. Boarding teams have crippled the enemy. Reporting successful boarding action. We have to go. we will go. Stand over there. Super Hide pretty fast. Weekend droratos. That way. だから. da Truppen raufschmeißen sollen auf dieses Riesenteil. Anders kriegst du das ja nicht kaputt. Einfach draufschießen reicht da nicht. Ja, schade. Ich hab's mir irgendwie einfacher vorgestellt, aber ich weiß nicht. So mit leichten Kreuzern kommst du nicht weit, wenn ein richtiger Kreuzer kommt. Also du brauchst einfach dickere Schiffe. Aber zusammen haben wir es ja geschafft. Hm, verstärken sich. Gut, Zug 60. Kann man noch so. In Cardia haben wir jetzt was verjagt. Das heißt, die Flöcken müssen da hin und sich verbessern. Also hier, der braucht doch quasi nur noch ein Schiff. Der Octus. Und dann hat er doch eigentlich eine annehmliche Flotte. Die ganz gut ist. Und können wir den noch irgendwas schönes, großes geben? Hier so eine Luna hat der auch. Eine Nova-Kanone. Dann ab ins Boot. Ah, knapp drüber. Dann bringt der mit. Komm. Ich löse den auf. Ja, was soll's. Dann holen wir uns mal so eine kleine Nova. Kriegen wir vielleicht noch was Kleines rein. Und das war's. So. Haben wir noch hier irgendwas, was wir ausrüsten können oder verbessern können, damit wir ein bisschen mehr Knete kommen? Ich glaube nicht, ne? Makrowelt. Oh, schon ein bisschen. Dann machen wir das doch mal. Ja, die nächsten Runden werden wir jetzt weniger Geld bekommen. Hm, 700 Punkte. Ist doch schon alles voller Chaos, ne? Komm mal mit drei Schiffen da ran. Aber wir können auch den erstmal platt machen. Wir können auch den Ich glaube, da machen wir Autoschlacht. Ja, leichten Schaden genommen. Aber das System gehört jetzt auch uns. Jetzt kann ich echt überlegen, ob ich hier doch schon mal rübergehe. Nächste Runde mit drei Flotten. Da mal auf die Scheiße haue. Mit den dreien, die wir hier haben. Aber der ist hier da alleine. Dann braucht er demnächst Verstärkung aus dem Kardia-System. Ja, genau so machen wir das. Nächsten Zug. Ja, verstärkt euch da jetzt nicht. Genau, bekämpft euch da mal gegenseitig. Das ist ganz gut. So, Zug 61. Mann, oh Mann. So weit sind wir schon gekommen. Wir hatten ihmchen. Der soll ja... ins Agrippina-System. Makropol-Welt. Dann machen wir das mal. dass wir hier ein bisschen mehr auf... ein bisschen mehr Geld rankriegen. Wird eh schon wieder alle repariert? Oh, das hier noch zu killen, das wird echt hart hier. Ich glaube, den lasse ich einfach in Ruhe. Aber die verteidigen Grenz nur. Ah. Ah, wir haben jetzt hier Nova-Spaß, ne? Mit Spire und Co. Ich will... mit dieser Flotte... hier unten die Platt machen. Nächsten Zug. Oder könnten wir die jetzt schon angreifen? Die haben 650... tausend... bestimmt tausend Punkte. Vier Punkte... und 18... Ja, könnte man machen. Könnte man machen. Sicherheitshalber speichere ich mal. Ich bin mal feige. Können wir schnell speichern. Ich habe Angst, dass ich durch die Station da hin auf die Nase bekomme. Oder es wird so eine Kack-Mission, dass wir da jetzt Punkte einnehmen müssen. So. Tausend zweihundert gegen... ...tausend dreihundert. Warum kriegen die so viel? Ich versuche es, komm. Hauptsache, es wird jetzt nicht irgendeine Mission, wo wir... ...wo wir Punkte einnehmen müssen. Da habe ich jetzt kein... Das wird... Weil drei Punkte sind ja schon von denen eingenommen. Die Raumstationen und einmal die kleinen Verteidigungs... ...ähm... ...Stationen. Die haben ja dann schon quasi drei Punkte. Ja, natürlich. Es muss natürlich so sein, wie ich es sage. Fuck you. Raumstation ist hier. Ach, leck mich doch. Muss natürlich wieder so sein, dass ich ein Nachteil bin. Aber wie ich schon sage, drei Punkte haben sie. Wenn... Ich glaube, das wird nix. Ich überlege, wenn wir vielleicht diese drei Punkte einnehmen... ...und dann nur die feindliche Flotte platt machen... ...dass wir dann vielleicht dann gewinnen. Die Schatz... Nee, 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 Junge, bleib hier. Machinespirit, appeased. Appeased. Erstmal alle, die eins. So, weiter. Hier hin. Engaging Engines. Haben wir eine Nova? Nicht in Reichweite. Fuck. Jetzt hätte ich jetzt hier schön schon mal eine Nova drauf geballert. Die Enemie hat eine strategische Areia. Brauchen wir mal was zum Abfangen. Fury Interceptors in Flight. So, waren keine Waffen? Warum töten die sich nicht gegenseitig? Ich bin gerade verwirrt. Warum fliegt der weiter? Wo ist die Flotte hin? Hier waren noch feindliche Schiffe. Ah, die können sich natürlich weiter... ...ähm... ...boppen. Ah, hier ist was. Du, bleib mal da. Du kannst aber mal aufklären. Feuer. Ja. Ei, ei, ei. Na, da sind wir fliegt noch, was du dich? Fliegt du dich. Eskort lost. so leitliches Schießen, Feuer ah, der will's wissen, ne? Rückzug mit unseren Kleinen ja, den Kleinen haben sie kaputt gemacht wir müssen den Punkt einnehmen na, das Problem ist, dass können wir sie nicht so gut aufklären ah, jetzt müsste er doch gleich in der Pflicht sein oh, die nehmen den feindlichen den anderen Punkt ein, das ist ja ätzend hier Feuer ich glaub, jetzt baller ich auch mit der Nova-Kanone drauf so, seitlicher Beschuss Feuer so, da er freiwillig hier schon lang fliegt schicken wir dann Truppen rein wenn er's halt unbedingt will so, der hat den Punkt gleich Feuer na hier, ihr könnt vielleicht auch mit dem nochmal spielen seifisch schicken wir ein paar Torpedos hin nein, da ist Minenfeld oder so, kacke nein, wir holen den Punkt wieder ne, wir holen den Punkt wieder schnell vorbei na, habt das gleich da halt wirklich nicht wirklich auch nicht seitensfeuern seitliches Feuer da könnte sich eigentlich weg äh, teleportieren, aber ich hoffe mal, das wird nix fantastisch ja, ich weiß, wir gewinnen gleich so, wir haben keine Zeit Frontbewaffung, hierher wir haben schon die was ja, wir nehmen wir sehen uns schon ja, wir schauen wir gehen Na, wo sind sie denn da? Dauert nicht so lange da. Hat die eine Nova dabei? Nö, natürlich nicht. So, müssen wir uns mit der Station anlegen, ne? Targeting enemy vessel. Receiving your order. Your orders. Engaging drive. Understood. Machine spirit appeased. Hm, ich versuche den Punkt da schnell eins zu nehmen. Legio Cybernetica have boarded the enemy. Rouse the engines. Reporting successful boarding action. Ne, ist noch nicht weit genug, noch nicht nah dran genug. Der ist kaputt, verdammte Kacke. Ihr dürft aber frontal drauf schießen. Wieso verrecken die hier nicht? Das ist kaputt, verdammte Kacke. Your orders. Engaging engines. Shark assault, boat on their way. We serve. Damage teams. Begin repairs now. The enemy has accumulated 75% of strategic points. We serve. We wait your command. We stand up. So, seitlicher Beschuss. Los. Kannst auch seitlich draufballern. Na los, diese zerstörung verdammte Axt. einen Punkt da schnell einnehmen schicken Marines rüber ein Receiving your order reporting successful boarding action boarding teams have crippled the enemy you have seized a strategic area your orders up there frontbewaffnung 4 und los ah sie fühlen maxim minimal teleportarium vectors calculated ship ready damage team begin repairs now we wait your command der muss weg glaube ich nicht ist er noch nicht ich frage mal wenn es kurz hat der noch noch Kidos? ne die sind auf dem Arsch Dreh dich Dreh dich Dreh dich Dreh dich ja ich weiß ja ich weiß Assault Crews report success for the emperor los kommt näher troop transition successful we wait your command changing course komm mal schon mal näher ran you are close to victory by strategic points underway alter haben wir noch gewonnen oder haben wir schon verloren ach ich habe jetzt nicht mehr drauf geachtet oh gott sei dank ich dachte grad echt wir das erst dachte ich wir haben gewonnen dann dachte ich ah scheiße wie ist der punktestand wir haben verloren und ach gott sei dank puh war ja spaßig da haben es die Negrons uns nicht leicht gemacht aber wir haben gleich den wichtigsten Punkt von denen zerstört ja gut ein kleine Eskortschiff haben wir verloren aber hey jetzt können wir nach Rensnur quasi und dann halt die Aufklärungsmission schon mal beenden oder wir killen die restlichen Negrons kann man auch machen auf jeden Fall würde ich das Video hier erstmal beenden ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja ja lasst doch mal ein Like da oder einen Kommentar würde mich sehr freuen ansonsten haut rein bis zum nächsten Mal Ciao